Die Vorbereitung beim 1. FC Nürnberg auf die Spielzeit 2017-2018 nähert sich langsam dem Ende. Die Mannschaft ist heiß auf das erste Pflichtspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Vorher gibt es noch den Härtetest gegen Mönchengladbach. Wie fit die Mannschaft wirklich ist, wir haben nachgefragt bei Cheftrainer Michael Kölner. Der Club-Talk wie immer präsentiert von unserem Partner Krömbacher. Michael Kölner, an meiner Seite der Cheftrainer des 1. FC Nürnberg. Deine erste Vorbereitung ist nahezu vollendet, zumindest fünf Wochen hast du schon knapp hinter dir. Wie ist dein erstes Zwischenfazit? Ja, sehr gut. Wir haben bis jetzt eine sehr gute Vorbereitung hingelegt. Die ersten Wochen waren hier am Pfalzner Weyer sehr gut, wir waren in Weiden in einem Kurztrainingslager und haben jetzt neun Tage in Südtirol verbracht. Von dem her sind wir bis jetzt gut durch das Programm gekommen und hoffen, dass wir die letzten eineinhalb Wochen auch noch gut schaffen werden. In der letzten Saison bist du ja kurzfristig in das Amt des Cheftrainers berufen worden, hast also wenig Zeit, deine Mannschaft auf dein Spielsystem letztendlich einzustimmen, einzutrimmen. Was sind da jetzt die Unterschiede, wenn du jetzt mal Zeit hast, mit der Mannschaft im Vorfeld vorspielen zu arbeiten? Ja, ich denke immer, am Ende ist mein Job, die Mannschaft zu überzeugen, dass das, was wir am Ende tun am Platz tun, dass das auch funktioniert und das ist in einem Saisontaktor relativ schwierig. Da überkommt man doch den einen oder anderen Spieler gewisse Zweifel, gewisse Skepsis und natürlich ist die Liga natürlich so, dass man da nicht unbedingt viel Ruhe hat im Spiel und Dinge ausprobieren kann und von dem her ist die Vorbereitung natürlich von großer Bedeutung und von dem her sind wir glücklich, dass wir jetzt eine gute Vorbereitung spielen konnten und hoffen, dass wir alle Dinge, die wir jetzt in der Vorbereitung bis jetzt gut in die Praxis gebracht haben, auch in dem Punktspielauftakt schaffen können. Man hat den Eindruck gehabt, seit dem Abstieg ist es das erste Mal in der Sommervorbereitung, dass weniger Umbruch in der Mannschaft war und weniger Leistungsträger abgegeben worden sind. Ist deswegen dann die Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison dadurch größer? Ja, es war schon beabsichtigt, dass wir die Mannschaft in großen Zügen erhalten können. Das war mein Wunsch und der Vorstand, dass wir mit vielen Spielern aus dem Kader in die neue Saison starten können, uns punktuell verstärken. Ich glaube, uns ist beides gelungen und natürlich ist jetzt die Erwartungshaltung im Umfeld des Vereins natürlich riesig groß. Aber ich bin jetzt da nicht traurig, weil ich glaube, dass die meisten Fans doch einen gewissen Realismus haben, wissen, was sie erwarten in der Saison, wissen auch, was möglich ist. Dass auch viele in erster Linie mal darauf aus sind, eine gute Saison zu spielen, ohne jetzt gleich an Aufschied zu denken. Und die meisten, wie gesagt, einen guten Realismus haben und von dem her, wie gesagt, bin ich eher froh, dass wir eine gute Vorbereitung, bevor wir mit der schlechten Vorbereitung in die Saison reingemüssen und da wird die Erwartungshaltung natürlich logischerweise geringer. Wenn man dich so am Trainingsgelände anschaut, bist du schon früh aktiv gewesen mit Selbstsport, bist du am Schluss fitter als die Mannschaft? Ach Gott, ach Gott, da bin ich meilenweit davon entfernt, aber ich versuche schon auch, mich fit zu halten. Wie gesagt, das gehört auch dazu, nicht bloß jetzt körperlich, damit auch mit einem guten Körper, wenn mein Geist immer noch fit ist, sondern ich muss ja doch belastbar sein am Ende des Tages. Und von dem her gehe ich immer gerne laufen, wenn es möglich ist und hier im Klubbad ist natürlich im Verein zeigen, am Baden ist es natürlich auch super, nochmal ein paar Runden zu schwimmen. Ich denke, hier in Nürnberg haben wir natürlich auch perfekte Möglichkeiten. Wie wichtig ist die Fitness der Mannschaft für den Start der Saison für die kommenden 34 Spiele? Ja, enorm wichtig. Also ich glaube, ohne Fitness hast du in der Liga keine Chance. Von dem her haben wir alles darauf ausgelegt, dass wir auch topfit in die Liga reinkommen. Da ist natürlich wichtig, dass a das Programm straff durchgezogen werden kann, b natürlich wir auch wenig Verletzte in der Vorbereitung haben. Bis jetzt ist beides geglückt. Und von dem her, wie gesagt, dürfte man mit der Top-Fitness in die Saison starten. Wir müssen natürlich auch alles dafür tun, dass wir die Fitness auch noch weiter ausbauen, bis hin zum Winter. Viele Trainer setzen auf Stammkräfte. Bei dir klingt das immer irgendwie so, das war gestern? Ja, was ist eine Stammkraft am Ende des Tages? Wir haben einen Kader, ich glaube, in unserem Kader muss am Ende auch die Fantasie entstehen, dass jeder Spieler, der im Kader ist, eine Zweitligataugigkeit hat, sonst hätte man wahrscheinlich die falschen Spieler verpflichtet. Das, glaube ich, kann man unumwunden zugeben, dass wir mittlerweile alle Spieler Zweitligataugig sind. Von dem her schauen wir Woche für Woche, welches Spiel ist am stärksten in Form, welcher Spieler passt am besten zum anderen Spieler und welcher Spieler passt am besten zum gegnerischen Verhalten. Und wenn wir die drei Fragen immer gut beantworten können, ich glaube, dann haben wir eine starke Mannschaft woche für Woche auf dem Platz. Wie schwierig ist solche Entscheidungen, Stammkräften letztendlich oder vermeintlichen Stammkräften den arrivierten Spielern zu vermitteln? Ja, grundsätzlich, glaube ich, jede Entscheidung, an einem nicht-arrivierten Spielern eine Entscheidung mit zu sein, dass er nicht im Kader ist oder nicht vor Anfang an spielt, ist immer schwierig. Jeder hat eine hohe Erwartungshaltung an sich, das ist auch berechtigt und das ist auch die Triebfeder, damit er Woche für Woche und Tag für Tag auch Top-Leistungen bringen kann. Von dem her ist eine Enttäuschung auch völlig normal, aber ich glaube, das Entscheidende ist für mich, dass ich die Sachen auch begründen kann, dass ich auch eine Trainingsleistung auch wirklich gut dem Spieler rüberbringen kann und kann sagen, wir haben die Woche das und das trainiert. Da hat der andere Spieler einfach die Nase vorne. Du musst mehr Gas geben und du musst beharrlich an dir weiterarbeiten, damit du wieder am Ende ein Thema für die ersten Elf bist oder für den Kader. Und ich denke, wenn man das auch mit der guten Kommunikation und mit der hohen Transparenz am Ende rüberbringt, dann sind die Entscheidungen zwar hart, aber dort sind wir nicht mehr nachvollziehbar. Jetzt fängt in einer Woche, ein bisschen mehr als eine Woche, die Saison für euch richtig an. Das Transferfenster schließt aber erst ewig später, am Ende vom August. Inwieweit ist das schwierig für die Kaderplanung, dass da eventuell noch was passiert, dass da eventuell noch mal Bewegung reinkommt? Ja, ich hoffe nicht. Wir haben unsere Planungen relativ frühzeitig abgeschlossen und nur auf zwei Positionen uns noch nachverstärkt, sprich jetzt heute mit Everton und letzte Woche mit Srelak. Von dem her waren wir früh dran, dass wir mit dem Gros des Kaders die ganze Vorbereitung bestreiten können. Von daher ist es auch meine Gewinn, jetzt ein Spiel abzugeben. Und ich denke, jeder Spieler fühlt sich hier gut aufgehoben in Nürnberg, fühlt sich auch gut aufgehoben in unserem Training und in seiner eigenen Weiterentwicklung. Und von dem her glaube ich, dass jetzt kein Spieler so ein unmittelbares Interesse hat, den Verein verlassen zu wollen. Und ich gehe davor aus, dass alle Kräfte, die bei uns jetzt so fest eingeplant sind, am Ende der Saison zu Ende spielen werden hier in Nürnberg. Also Leibold, Möwold, Behrens bleiben. Ja, ich bleibe mit ihnen fest, ich will keinen dieser drei Spieler abgeben, die sind für mich ganz wichtige Personen und ganz wichtige Menschen in meinem Umfeld und in meiner Mannschaft. Von dem her hoffen wir, dass jeder sich weiterhin gut weiterentwickeln kann bei uns in der Mannschaft und alles dafür tut, dass der Klub eine erfolgreiche Saison spielen kann. Vorfreude schon auf Everton, der immerhin letztes Jahr in Kaiserslautern bewiesen hat, dass er zweite Liga kann. Ja, natürlich, das war auch der Grund, dass wir ihn verpflichtet haben. Everton hat eine starke Saison bei Kaiserslautern gespielt, hat in der Rückrunde dazu beigetragen, dass wir eine Top-Defensive gehabt haben. Das muss man ja leidvoll im letzten Spiel selber sehen, dass wir hier mit null eigenen geschossenen Toren rausgekommen sind in Kaiserslautern und dementsprechend auch die Spielverordnung. Von dem her hoffen wir und schon viel von ihm. Aber wir wissen natürlich auch, dass es schon dauert, einen Spieler zu integrieren in die Mannschaft, in unsere Spielweise. Aber wir gehen in die Zeit, er ist ja langfristig an uns gebunden. Von dem her ist es auch für uns eine langfristige Entscheidung gewesen, mit Everton letztendlich zu planen. Und hoffen, dass er auch die Verstärkung wird, von der wir uns auch alle das versprechen. Und Strelak passt gut zu Marek Minthal. Natürlich. Die Slowaken haben hier eine Top-Vergangenheit. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir jetzt mit Marek einen Verbindungsmann, einen Stürmer in den Reihen haben, einen ehemaligen, der eben die Eingewöhnung und die Integration am Ende erleichtert. Und Marek arbeitet auch bei uns im Training mit, von dem her versprechen. Und schon, dass Adam über Marek natürlich noch schneller funktioniert, als das vielleicht normal der Fall ist. Und bis jetzt sind die ersten Eindrücke super von ihm. Ein Top-Charakter. Ein Spieler, der für die Mannschaft arbeitet, aber selber weiß, wo das Tor steht, mit einem sehr guten linken Fuß. Und von dem her hoffen wir uns, dass er auch in die Fußstapfen von Marek, die zwar brutal groß sind, aber Step by Step dann reinwachsen kann. Bohemians Prag, klar geschlagen, in der Mailand geschlagen. Das Umfeld schwebt schon wieder ein bisschen. Inwieweit hofft der Trainer, dass es sich gegen Gladbach zumindest irgendwie wieder einnivelliert? Ach, ich will das gar nicht einnivellieren. Ich glaube, wie gesagt, ich bin ja viel in der Stadt unterwegs und treffe hier am Gelände viele Fans. Und ich glaube schon, dass zwar die Medien sicherlich das Ganze ein bisschen hochschaukeln, auch völlig normal. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass der normale Fan, der Dauerkartenbesitzer seit 30, 40 Jahren das Frankenstadion und jetzt heißt es der Max-Mollach-Stadion besucht, dass der schon realistisch ist und weiß, dass wir Step by Step gehen müssen. Und von dem her ist die Erwartungshaltung bei den treuen Fans, denke ich, zwar schon da, dass sie sich auf eine gute Saison freuen, auf einen attraktiven Fußball und auf eine junge, hungrige Mannschaft, die am Ende den Klub auch wieder für die Zukunft erprägen wird. Und dass wir aber dann nicht davon ausgehen müssen, dass wir in der Saison in den 34 Spielen alles niederschießen und dann mit wehenden Fahrern in die Bundesliga einziehen. Ich glaube, das braucht seine Zeit. Und wenn wir Schritt für Schritt denken, dann sind wir mit der Mannschaft und dem Kader super aufgestellt. Die ersten Elf, die gegen Gladbach da ins Stadion einlaufen dürfen und den Rasen küssen dürfen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die auch gegen Kaiserslautern zuerst einlaufen? Weiß ich nicht. Also das ist immer die meistgestellte Frage, wird es die Stammelf sein, wird es die Mannschaft sein, die Kaiserslautern von Beginn an auf dem Platz stehen wird? Ich glaube nicht. Also erstens gibt es ein paar Unwägbarkeiten. In der Woche kann sich der eine oder andere Spieler verletzen. Wir haben uns jetzt noch nicht so intensiv mit Kaiserslautern beschäftigt. Wir haben jetzt ein paar Eindrücke von Kaiserslautern. Ich denke, das muss man Step-by-Step sehen. Und da muss man natürlich auch schauen, wer trainiert die Woche auch gut, wie läuft das Spiel gegen Gladbach auch. Bis jetzt ist es so, wir haben schon eine Vielzahl an Spielern, die Startelf-Hoffnungen haben können. Und das ist gut so. Und ich denke, dass auch im Laufe der Saison auch der Konkurrenzkampf toben muss, weil nur so, glaube ich, halten wir die Mannschaft auch nochmal in den letzten paar Prozent auf Spannung. Und können so auch Woche für Woche Top-Leistungen bringen. Am schwierigsten, den Konkurrenzkampf hochzuhalten, ist bei der Torhüter-Position. Zwei, die gleichwertig ins Rennen geschickt worden sind. Gibt es da schon Tendenzen? Nö, keine. Ich denke, bis jetzt ist das Problem gewesen, dass sich in den Testspielen die Torhüter nicht so viel auszeichnen konnten. Bredlow hat gegen Intermainland eine einzige Aktion gehabt. Vielleicht mit dem Mitspiel mehrere, aber rein Torwart-spezifisch noch eine. Von dem her ist es schwierig, rein von den Testspielen auszugehen. Dass wir beide im Training machen, einen hochkonzentrierten, super fokussierten Eindruck. Und wir sind froh, dass wir zwei solche, vor allem charakterlich Top-Menschen in unserer Mannschaft haben. Das ist ein offener Kampf. Und ich glaube, das wird auch über die Saison ein offener Kampf sein. Fabian Bredlow hat die Herausfordererrolle hier super angenommen, ist relativ schnell bei uns angekommen. Und von dem her sind wir froh, dass wir zwei solche starken Torhüter bei uns in unserem Kader haben. Ist bei dir das dann so, wer am ersten Spieltag spielt, wenn er sich nicht verletzt und keine Leute umbringt und keine gravierenden Fehler macht, dass der dann auch Stammtorhüter bleibt oder ganz auf der Position auch mal Wechsel geben? Ich denke, ein Torwart ist eine Position ähnlich wie ein Feldspieler. Das ist einer von elf. Und genauso wird das auch gehandhabt. Wie gesagt, ich vertraue jetzt weniger dem Prinzip never change a winning team. Leistung muss stimmen. Und wenn die Leistung stimmig ist, dann kann es auch mal eine Niederlage rauskommen. Man ist trotzdem mit der grundsätzlichen Leistung zufrieden. Dann hat das keine Konsequenz. Genauso wie man nach dem Sieg auch eine Konsequenz mal erwarten kann. Weil man einfach trotzdem mit der Leistung nicht zufrieden ist. Und das Ergebnis hat mal in dem Fall zufällig gepasst. Von dem her, wie gesagt, gibt es keine großen Situationen. Die Torhüter laufen auf einer externen Schiene. Sondern du musst Woche für Woche abliefern. Du musst Woche für Woche stark trainieren. Und dann hast du auch gut spielen. Und dann hast du eine Chance über Wochen letztendlich deinen Platz zu verteidigen. Zwei gefühlte Neuzugänge, die in den letzten Jahren immer wieder mit Verletzungen Probleme gehabt haben. Nämlich Leibold. Der scheint mittlerweile alles überwunden zu haben. So weit einsatzbereit zu sein, dass er wirklich fit ist. Bei Patrick Ehrs scheint immerhin noch so eine Schwankungskurve mit drin zu sein. Wie sieht es bei ihm aus? Bei Paddy ist es schon schwierig. Es tut mir leid für ihn, weil er mit einer riesen Mentalität trainiert. Mit einem brutalen Fleiß. Aber am Ende kriegen wir halt diese Entnahmestelle am Oberschenkel nicht richtig schmerzfrei. Und dann macht es auch keinen Sinn, jetzt irgendwas zu riskieren. Und ihn dann noch eventuell schlimmer zu verletzen. Aber er trainiert hart an seinem Comeback. Hat jetzt mir eigentlich gedacht, das hätte man in Kaiserslautern überwunden. Und so muss er sich noch ein paar Tage gedulden. Auf der anderen Seite umso schöner ist natürlich Tim Leibold, der seine Schambeinverletzung super überstanden hat. Und ein riesiger Wertzuwachs für unsere Mannschaft ist. Schon Vorfreude auf Sonntag gegen Gladbach? Die Generalprobe? Ja, schon. Ich hoffe, wie gesagt, dass viele Fans ins Stadion gehen. Ich denke, wir haben mit unserer Spielweise, mit unserer bisherigen Vorbereitung, sowohl jetzt auf dem Platz als auch neben dem Platz, weil wir, denke ich, auch viel für die Fans gemacht haben. Und uns auch sehr hautnah gezeigt haben, dass wir da auch alles Mögliche unternommen haben. Und hoffen, dass wir auch viele Fans im Stadion gegen Gladbach begrüßen dürfen. Umso besser die Atmosphäre, umso leidenschaftlicher wird letztendlich auch die Mannschaft dann auch mitgenommen. Und das ist natürlich so ein Fingerzeig für die Saison. Wir hoffen, dass der eine oder andere sich noch entscheidet, eine Dauerkarte zu erwerben. Je mehr Fans letztendlich uns Woche für Woche auch unterstützen und den Support geben, positiv. Umso mehr wird die Mannschaft auch getragen. Und ich denke, dann ist es am Ende eine Win-Win-Situation für beide, für Fans und für Mannschaft, dass da so eine Gegenreaktion sich ständig immer wieder abspielt. Und wenn wir das schaffen über die Saison, glaube ich, dann haben wir einfach die Voraussetzungen geschaffen für eine Top-Saison. Abschließend, wer spielt in dieser Zweitligasaison neben euch oben mit? Ja, viele Mannschaften. Ich denke, Union Berlin ist natürlich ein Favorit nach der letzten Saison starken vierten Platz. Sowohl natürlich auch der dritte Platz Braunschweig. Da kommen zwei Absteiger mit Darmstadt und Ingolstadt dazu. Dann wird sicherlich jetzt auch Bochum eine Mannschaft sein, die nicht um St. Pauli zu verachten sind. Und so wird es ein ein oder andere Überraschungsteam, weil letztes Jahr Dresden war. Und da müssen wir schauen, dass wir uns in dem Kreis mit einreihen. Wir wollen zu Beginn, glaube ich, eine stabile Saison spielen. Dass wir das schaffen, uns im oberen Drittel mit einzufinden. Und dann schauen wir mal, was wir aus der Rolle dann machen. 34 Spieltage ist lang. Bis Mai läuft noch viel Wasser. Auch in Nürnberg die Bäche runter. Und dann schauen wir, dass wir das auch schaffen. Und dann schauen wir, ob es am 34. Spieltag rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.